Sie können ja hier noch weniger sehen als wir da unten. Ja, das ist immer nur ein Augenblick. Gleich wird's wieder hell. Na, ein ganz schöner Nebel heute. Und das Gefährliche ist, dass er immer so in dicken Schwaden kommt. Ich möchte bei dem Wetter nicht auf der Straße unterwegs sein. Ich auch nicht. Das Wetter wird immer schlechter. Wir sollten aufhören. Na, noch geht's ja. Und bei dem schwachen Verkehr ist es sowieso bei Feierabend. Mann, ich kann mir nicht helfen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht. Ja, sehe ich ein. Aber wer konnte das ahnen heute Morgen? Mensch, da sind paar im Gleis! Was war geschehen? Bei einer Sicht von nur 30 Metern in dichten Nebelschwaden arbeitete eine Rotte im Gleis einer eingleisigen Nebenbahn. Komm runter! Mittag! Fritz, du bist heute rein und einkaufen. Na, was hätten die Herren denn gern? Für mich einen halben Liter Milch und 20 Zigaretten. Mhm. Hey, kannst nicht gucken, pass doch auf! Wer zu viel hat, schmeiß weg! Das soll einer nun wiederfinden. Raus! Raus! Fünf Männer, fünf Mark und der Tod. Der Tod in den Gleisen. Immer wieder schlägt er zu. Plötzlich und unbarmherzig. Muss das so sein? Wir alle lieben doch unser Leben. Und dann, wenn wir uns um ein bisschen mehr schlägt. Und dann, wenn wir uns um ein bisschen mehr schlägt. Und dann, wenn wir uns um ein bisschen mehr schlägt. Untertitelung des ZDF, 2020